Leute, war doch gar nicht so schlimm. Schauen wir uns das Ganze doch noch mal in Ruhe an. Nur haben wir ja alle Probleme gelöst und dann können wir doch hier in so einer Art Recap die Sache noch einmal zusammenfassen. Ich mache mal hier unseren Utility-Bereich zu. Haben wir mehr Platz auf dem Screen? Ich gehe mal in unser Storyboard und dann schauen wir uns die Problematik noch mal kurz an. Wir haben einen View-Controller, wir haben einen Orange-View-Controller. Der View-Controller hat ein Textfeld, hier kann der User was eintippen. Die Info soll von hier in das Label von dem Orange-View-Controller, wann, wenn der Button hier geklickt wird. Dieser Button löst unseren Segway aus, der von hier zum Orange-View-Controller zeigt. Unser Segway hat einen Identifier bekommen, To-Orange-View-Controller haben wir den genannt, damit wir ihn identifizieren können zur Laufzeit. So weit, so gut. Schauen wir uns jetzt die Klasse an, den View-Controller und gucken mal hier, was wir da nun wirklich alles haben. Und können das ein bisschen zusammenfassen. Und das sieht doch gar nicht so wild aus. In unserem View-Controller, der, wo unser Textfeld steht, wo der User was eintippen soll. Da haben wir die Methode Prepare for Segway überschrieben. Und haben gesagt, okay, wir geben mal aus, dass wir da drin sind. Einfach der Form halber, damit wir auf der Konsole sehen, was Sache ist. Dann haben wir gesagt, so ein Segway hat eine Destination. Das ist ein UI-View-Controller. Ist denn das in dem Moment ein Orange-View-Controller? Dann hätten wir das gerne hier im Namen dieser Konstanten, namens Orange-View-Controller mit kleinem O, auch zugewiesen. Komma, aber nur, wenn der Segway-Identifier To-Orange-View-Controller heißt. Damit ist das eine wunderschöne, kompakte Angelegenheit hier. Und dann geben wir die Instanz von unserem Orange-View-Controller aus. Einfach, dass wir mal auf der Konsole was sehen. Ja, ist aber Blödsinn. Brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir haben ja alles soweit erarbeitet in den vorherigen Videos. Das, was wir jetzt machen, ist unserem Orange-View-Controller, dem, auf dem der Segway zeigt, genau diese eine Instanz, die im Speicher lebt, dass wir dessen Information-Text-Model, das ist nur ein String, auf den Wert setzen, wo unser Text-Field hat, also was der Benutzer hier eingetippt hat in das Textfeld. Information-Text-Model vom Orange-View-Controller, wenn wir uns darüber informieren wollen, was das ist, können wir das anklicken, rechte Maustaste, Jump to Definition. Dann springen wir hier in unseren Orange-View-Controller hinein, gleich an die richtige Stelle, wo unser Information-Text-Model auch angelegt ist. Und da sehen wir, das ist ein String, aber der ist optional. Dadurch, dass er optional ist, muss er im Initialisierer nicht initialisiert werden. Deshalb müssen wir auch nicht irgendeinen Init, der schon intern von Apple aufgerufen wurde, wo dann dieser View-Controller irgendwo ins Leben gerufen wird, deshalb müssen wir den halt nicht überschreiben. Und so hat also unser Information-Text-Model den Typ String als optional. Wenn denn dann unser Orange-View-Controller auf den Bildschirm kommen möchte, View will appear, dann wissen wir, dass der View schon längst geladen ist, weil erst mal kommt View did load und dann kommt View will appear. Und wenn also der View dann erscheinen möchte, dann dürfen wir auch auf unser Information-Label zugreifen, das war unser Outlet, und können dann sagen, Information-Label, du hast doch einen Text und schreib doch da bitte rein, was in unserem Information-Text-Model steht. Das ist hier quasi der Überträger. Diesen Wert können wir setzen, wenn wir die Instanz des Orange-View-Controllers haben, hier an der Stelle, wo wir unseren Segway abprüfen. Ja, und das ist dann noch einmal die Zusammenfassung der letzten Videos. Ich denke, das klärt sich schon. Ja, da haben wir noch so ein paar Fragezeichen, im wörtlichen Sinne vielleicht im Kopf, auch auf eurer Seite. Hier, das ist noch nicht so ganz klar, das hier mit diesen Optional und dem Implicit Unwrapped Optional. Ja, aber Leute, ihr habt es schon mal gehört, ihr habt so eine Ahnung, was es sein müsste. Es hat ja niemand gesagt, dass man innerhalb von fünf Stunden schon loslegen kann, Apps zu entwickeln. Wir sind noch auf dem Weg. Es macht aber tierisch viel Spaß. Also mir zumindest. Und ich hoffe, dir auch. Und dann bleiben wir doch weiter am Ball und gucken mal, und jetzt leiten wir die nächste Video-Section ein, gucken wir doch mal, was wir tun müssen, wenn wir den Weg zurückgehen. Jetzt wollen wir nämlich, dass der Orange View auch noch ein Textfeld bekommt und das, was der User hier schreibt, das soll im Main View dann landen. Wow. Das wird bestimmt mega aufregend, oder? Lassen wir uns gemeinsam überraschen.